Happy Birthday, Julie Beth. Happy Birthday, Mondo Dia Lanhart. Happy Birthday, Lotman. Happy Birthday, Muhammad Padil. Happy Birthday, Fasila Ahmed. Happy Birthday, Emdi Ibsan. Happy Birthday, Suleiman Suleiman. Happy Birthday, Juju Lee. Happy Birthday, Dauda Ahmed. Und ich bin mal wieder, Crovetopia. Viel Spaß. Okay, dann starten wir mal. Hm. Nochmal. Ich hab auf Back gedrückt. Ja. Sind wir mal auf mein Planeten hier wieder. Erstmal hier. Sachen zumachen und... Hm. Aua. So. Erstmal ein Fisch stört und raus und zack. Oh, die Tür verschwindet. Was ist das hier? Oh, einmal geschlagen. Kaputt. Warte mal, es war... Äh... Stein und Lava. Sind diese, okay, und diese. Yep. Haben wir, haben wir, haben wir. Hier haben wir noch mehr Rosen. Tiger. Was ist das hier? Ja. Ach, Glas. Glas. Grünblock. Oh. Warte mal. Okay. Abkürzung. Du bist lange. Dein ganz Weg hoch. Oh. Das geht hier nochmal hoch. Oh. Ich dachte, das wäre schon hier richtig. Aber nein. Ich muss nochmal einen hoch. Oh. So. Komm mal. Okay. Schon alle weggemacht. Die Grünblock und so. Ja. Und. So. Um. Oh. Hmm, vale. Na gut, ich brauche noch ein bisschen von denen einbauen, von denen hier, rough. Da ist noch mal rough. Da ist rough. Ach, mach mal so. Ach so, hab ich gar nicht mehr. Ach so, hab ich alle weggehauen. So. So. So, haben wir es geschafft. Ich denke mal die 75 werden reichen. Ich wollte hier noch einmal abtrennen. Oh. Oh. Komm mal back in hier mit. Da 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 da. Ach, schwer voll. Oh. Oh. So. Und hier nochmal. Okay. Das war's. Gut. Dann haben wir das. 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 Äh. Den muss ich gleich benutzen. Irgendwie. Das. Ah. 追iger. Dinn. Das sind diebe. Die不過 ist okay. Sie hat einéger, was ich bin Walker. Bsenehmen Cette trap. Okay, das ging nicht weiter. Das ging auch nicht weiter. Ach, das geht alles, das weiß ich. Mal einen Lada-Baum noch mal, das kriege ich dann da raus. Mal hier einen Tiger-Baum. Holz-Baum. Also wenn ich dann einen anderen Server spielen soll, sagt mir Bescheid. Dann schreibe ich nur mal die anderen Server an oder wenn ich ein anderes Spiel spielen soll. Ich probiere nochmal mit der Tür aus. So, Tua. Label. So, Tua. Home? Home. äh äh Das ist ... Hm ... ist abgebrochen wie wird das bestätigt da bricht das bei mir mal ab back und Das war's für heute. Was mache ich da falsch? So, dann gehen wir mal auf Server Start. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da war meine Flagge, die ist weg. 6 und 7 sind 13 und 1, 2, 3, 4, 5, 6. In 19 verschiedenen Ländern kann man das Spiel spielen. So, dann, ich gehe mal schnell zu den Türen hin. Da habe ich noch nicht alle. Warte mal, welche habe ich noch nicht? Ich habe, wenige habe ich schon. Ne, auch nicht. Den Internet hatte ich schon gehabt. Aber wie? Weiß ich auch nicht mehr. Die Blöcke? Okay. Oh, da hat einer gepflanzt. War ich das? Nein. Du kriegst die Truhe. Toll, du wirst jetzt mit dir mixen. Mit 1000 anderen ITs kannst du alles machen. Nein, ich kann nicht alles machen. Hier steht. Die ID dieser Tür. Diese Tür ist WUSCH. Der Bestimmungsort dieser Tür ist WUSCH 2. Was für das? Trillig? Ich glaube nicht für ein Spiel, oder? Hm. Die ID ist die Tür WUSCH 2. Der Bestimmungsort dieser WUSCH 1. Okay. Diese Tür ist eine andere Welt. Okay. Punkt, 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 Punkt. Haben sie genannt. Und... Die Bärung ist egal. Brauchen wir nicht. Das ist auch egal. Brauchen wir auch nicht. Das sind die Feiertage. Brauchen wir auch nicht. Ich war vergiftet. Das sind die Befehle. Die Farben. Die Farben. Die Farben. Die Farben. Die Farben. Ah, warte mal, hier steht es drauf. Bauen ist die Tür in den Bereich. Du hast den Eingang gesichtet, aber wenn jemand das herausnehmen kann, kann der Loss platzieren. Mache Schwere-Dor-ID. ID aus 904. ID aus 904 in 904. Was ist es geschafft? Hm. Wie kommt man dann zu einer Truhe ran? Ich möchte so eine Truhe bauen. Na ja. Upsa. Ich wollte doch gar nicht rausgehen. Ich wollte... Oh. So. Da 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 da. Da 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 da. Warte mal, was soll ich machen? Ah. Perva. Stein. Hm. Da ist die Wiese. Hm. Ah, ich wollte hoch zur Tür gehen. Dann setze ich nochmal hier irgendwo die Tür rein. Eine Tür. Da. 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 Zack. Und die wird jetzt unbeschrieben. Okay. ID war... Aus. 1, 1, 2. Ja, 1, 1, 0. Wie krieg ich das jetzt bestätigt? Wie krieg ich das bestätigt? Wie krieg ich das bestätigt? Der ist auch bestimmt wieder weg. Kann mir einer helfen? Kann mir einer helfen? In, aus. Sch. Sch. In, aus. In, aus. In, aus. Ähm. Ich glaube, das ist die ID für die Tür. Und das ist die ID. Äh. Was an der Tür steht. Und das müsste heißen, wo es hingeht. Volt Doppelpunkt ID. Also wenn das jetzt wirklich der Weltname wäre, ja. clog shelma. Ja. Ja. Du. Die. Schönen. Doppelpunkt. aus, dann kann ich nur zwei Buchstaben benutzen. Dann machen wir den noch mal mit in. Okay, hat sich viel angehört, als ob er es nicht genommen hat. Das gibt zwar nicht, ich brate doch hier ein Storch. So, okay, was steht drauf? Und die heißt, das sind ja erstmal die wichtigsten Sachen, wenn da nichts drin steht, dann bringt er mich immer zur Haupttür, also das ist ja erstmal noch egal, weil die anderen Türen existieren ja noch gar nicht für den. Aber der macht das nicht. Der macht das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Okay. Nee, 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 nee. Ich muss mal hier unten drei Bäume pflanzen. Einer da. Einer da. Und einer. Da. Ach komm, wir pflanzen ein paar mehr. Da. 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 Zack, zack, zack. Und dich lieber mit. Oh, schon. 235. Da oben fehlen die drei, sieht man. Okay. Aber fertig. So. 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 Dann fahre ich nochmal den Baum ab, die Rosen ab, den Grün nochmal. Das war es ja, merke ich hier nicht. Das sind meine, drei normalen Bäume. Die Sachen, die ich so immer bauen kann, bauen kann. Dann fahre ich... Ja. Dann fahre ich noch mal sein. So, dann würde ich mal sagen, das war's, den Sand hier noch. Ich muss noch zwei Pakete holen. Und bald habe ich keine Lava mehr? Egal. Ähm, ja. Ah, ja die... Das hatte ich noch. Die Tür muss sein. Ah, ich habe genau das, was ich die ganze Zeit eigentlich immer haben wollte. Was sind die? Die 5,4 Ohm ran machen. Ah, schön. Und hier machen wir dann. Hallo? Hallo? Okay. Machen wir's zu. Machen wir den rein. Und ich gehe jetzt mal auf den Shop. Shop, shop. Falsch. Das war's schon, ne? Show, show. Exit respawn options. So. Exit respawn options. Für einen kriege ich nichts. War ja klar. Small Center pack. considers'. Small Center pack. Da sind die Pakete, die ich gekriegt habe. Ah, ich habe keinen Platz mehr. Okay, dann gehen wir mal hoch und pflanzen die Sachen ein, die Remden-Items. Einmal den, einmal den, einmal den, einmal den. Den haben wir doch schon mal gehabt, oder nicht? Ah, hier ist noch einer. Gut. Und dann benutzen wir das Paket. Ah, so. Muss ich auch vor Personen anwenden. So ein Remden-Paket. Ich pflanze die erstmal nur so hin. Dann ist... Der ist neu. Der ist neu. Ne, der ist alt. Dann machen wir trotzdem. Vielleicht kriege ich ja aus dem Baum noch andere Bäume. Okay. So, das war's. Dann will ich mal schauen, was morgen da drunter steckt. Unter die ganzen Dinger. Und logge mich hier auf meinem Planeten aus. Aus meiner Welt. Dann werde ich ja morgen wieder starten. Jetzt habe ich bei der Geschäftsliste schon. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Bis zum nächsten Mal.